feurio sammen und herzlich willkommen zum nächsten wunderkrampf mit mir und und wie immer geht es darum dass wir jetzt jeder sieben pokémon online im wundertausch tauschen vielleicht mal einer von euch dabei durch zufall und der andere kriegt nicht mit was man für ein pokémon bekommt deswegen muss mir jetzt aus dem zimmer gehen und ich tausche die katzen mit mein letzter kampf war ja nicht so der bruder aber ich will jetzt alles wieder gut machen deswegen geht mein hornilu jetzt nach japan aber heidi bomb aber ist bald weihnachten da gibt es wieder und ich hoffe ich weiß was du kannst mich mal was machen die chinesen denn machen die das extra sind absichtlich so viele scheiß pokémon gibt es nicht außer dem hornilu kriegt übrigens nichts besseres das gibt es nicht zuerst das pokémon für die ersatzbank das schöne knillst dass es will es geht nach zu oder vielleicht zu schädel uns war eigentlich die königreich entschuldigung der witz war ich scheiße aber ich muss ihn bringen knillst macht's gut knillst geht's schön hätte schlechter kommen können schon mal geist pokémon hat shadow versandte ein shadow pokémon passt doch lächert fritz und blitz geht an chris guadelope was gerade lobe wo ich den gerade lobe und sprich man bestimmt nicht so aus Tschüss, tschüss Fritze Blitz. Was krieg ich denn dafür? Gesterben, gesterben, warum? Soll ich denn damit? Wer will denn schon Six of Goons? Wer? Kein Mensch braucht die. Vivian, also Blizzard, geht an David aus Deutschland, Nordrhein-Westfalen. Tausch gefällig ja gerne. Gib mir bitte was Gutes, anstelle einem Vivian. Das ist nicht schlecht. Das finde ich gut. Aber wenn ich es schon gesehen habe, trotzdem finde ich es gut. Hariyama! Das ist nicht schlecht. Das sollte mir den... Also habe ich einen Kampf-Pokémon oder einen Geist-Pokémon. Das sieht schon mal nicht schlecht aus. Während meine Katze gerade mal wieder in der Fliege frisst, geht Evoli an Yas aus Belgien. Viel Spaß mit dem süßen kleinen Evoli. Ein tolles Pokémon. Super! Oh nein, warum? Was soll ich denn... Naja... Was für ein Kack-Pokémon gibt es denn heute? Nichts Besonderes dabei? Naja, aber was, wenn ich was... Nosferabdi? Was ist das? Nosferabdi? Was ist das für ein Name? Mein neuer Paar-O-Tausch-Partner-Heil... Buh, 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 bensi? Buh, 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 Frankreich? Buh, buh, fändere? Buh, 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 buh. Flabibi. Das passt sogar. Viel Spaß! Ihr wisst schon, was ich sagen wollte. Ich glaube, ich sage das ziemlich oft. Und ich kicke ein. Was ist das? Und wie heißt es? Hallo, Dino. Was bist du? Kranidos. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Kranidos. Keine Ahnung, was das ist. Heißt wahrscheinlich nur im Französischen. Im Deutschen heißt es Kognodon. Ich glaube, ich habe das noch nie gesehen. Aber ich bin nicht sicher. Interessant. Keglion geht an Jürgen. Der will Legendäre dafür haben. Ja, du kriegst ein legendäres Keglion. Was fühlt sich in einem Wunderkampf bei? Weil Lui und Miri mit dabei war. Das sollte ja wohl... Du kannst mich mal am Arsch lecken. Warum? Du Arsch. Jürgen. Jürgen, du blöder Kerl. Mensch, Jürgen. Das blöde Pokémon hättest du behalten können. Ja, das toll. Ganz wundervoll. Wow, der Kampf, der wird ja so ein Arsch. Das wird ja was werden. Na gut, ihr Lieben, das war's für... Jetzt, nein, für mich. Jetzt ist Miri dran. Und vielleicht hat sie was Besseres. Und weiter geht's jetzt mit meinen Wunder tauschen. Ja. Na dann. Erstes Pokémon. Und unser erster Tauschpartner ist Ash aus Deutschland, aus NRB. Viel Spaß mit Aaron. Tschüss, Aaron. Ein Zubat, das ist ja super. Wow. Fängt ja schon gut an heute. Kann nicht nur besser werden, es kann auch schlechter werden. Ja, nächstes Pokémon. Und Chen aus den USA bekommt von uns eine Geisterkerze und gibt uns dafür ein Arctus. Das wäre schon nicht schlecht. Rai Quasa würde ich auch nehmen. Grau dann auch. Das nicht. Was will ich denn mit einem Wasserball? Viel. Wie spricht man denn das aus auf Englisch? Okay. Gut, das ist Dupi. Ja. Und Timmy aus Italien bekommt unser kleines Meryl. Timmy. Ja, Timmy. Tschüss. Tschüssi. Oh, cooler Pokéball. Okay, ein Haspilor. Okay. Ja, das ist okay. Mal was anderes als sonst. Und die dusselige Taube geht zu Noctivion nach Griechenland. Viel Spaß mit deiner Taube. Tschüss, Taube. Warum? Und Pierre aus Frankreich ist der Gewinner eines Zubarts. Hoffentlich ist er ein glücklicher Gewinner. Ich meine, wäre es nicht glücklich, wenn er ein Zubart als Pokémon beim Wundertauschen bekommt. Also ich wäre glücklich, wenn ich nicht noch eins bekommen würde. Noch ein Kaninchen. So viel. Jetzt habe ich schon zwei davon in meinem Team. Zwei Kaninchen. Das ist ja super. Es ist Sap... Sapereux. Bestimmt. Ich hatte natürlich kein Französisch in der Schule. Sapereux ist richtig, oder? Bestimmt. Nächstes Pokémon. Und Wolbit geht zu Renato nach Brasilien. Na, so wie das Ding tanzt, passt es ja perfekt nach Brasilien. Tschüss. Alles Gute, Wolbit. Mach's gut. Oh. 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 Heute ist irgendwie... Oh. Wismur. Oh. Das ist ja super. Ah. Ich glaube, wir haben noch ein Pokémon zum Tauschen. Das ist... Mal schauen. Unser letzter Tauschpartner für heute ist Mark aus England. Viel Spaß, Mark, mit deinem super coolen, klasse Mega-Karpator in dem rosa Pokéball. Oh, so ein Ding hatte ich doch schon mal. Oh. Naja. Das sieht überhaupt nicht aus wie ein Pokémon. Kein bisschen sieht das aus wie ein Pokémon. Das ist ein Digimon. Nicht mal das. Das kommt aus Yu-Gi-Oh. Nein, das auch nicht. Ah. Naja. Wo ist denn das Pokémon-Center? Das ist ein Stück weg. Ich fliege jetzt mal zum Pokémon-Center. Vielleicht in die gleiche Stadt. Und dann mal gucken, was ich so bekommen habe für einen Schrott. So. So. So, hier sind meine Pokémon. Das ist ganz gut. Das nehme ich mit. Zubat hat, äh, ja. Gibt schlechtere. Zick-Zack-Kun ist nicht so... Das ist auch nicht so supi. Hat aber bessere Werte als Zick-Zack-Kun. Aber es hat ein höheres Level, oder? Tja. Dann nehmen wir das mit. Das hier auf jeden Fall auch. Das hier. Hat denn jetzt bessere Werte? Das oder das? Nehmen wir das mit. Supi-Team. Ich habe zwei Kaninchen dabei. Bis gleich. So. Wieder vereint? Ja. Oh, du hast mich zum Kampf herausgebracht. Ja. Ich will es dir jetzt mal richtig zeigen. Mein mega guter Punkt. Also ich kann schon mal sagen, welches ich nicht mitgenommen habe. Ja. Ein Karpador. Ich habe ein Zick-Zack-Kun nicht mitgenommen. Ne. Wenn Zick-Zack-Kun bei dir das Schlechteste war, na dann Prost Mahlzeit. Warum? Ja, nur so. Aber Zick-Zack-Kun ist doch nicht gut. Ja, aber es war deines Erachtens das Schlechteste von allem, was du sonst gekriegt hast. Ja, weil es nur zwei Attacken konnte. Der Rest konnte alles drei Attacken. Ah. Ah, du hast... Ja, äh, ich... Du hast nicht zugedeckt. Du auch nicht. Ja, aber nur, weil du nicht zugedeckt hast. Dann hast du meinen schon gesehen. Das wäre ja gemein, wenn ich deins nicht sehe. Ah, haben wir gut gemacht. Okay, das ist diesmal mal ein Nicht-Ein-Blinder-Kampf. Wir wissen, was der andere hat. Ich habe ein besseres Team als du. Dein Team ist voll gut gemacht. Wie, du hast ein Karpador nicht mitgenommen? Ja, ich habe ein Karpador nicht mitgenommen. Du hast wohl das gute Team. Ich habe gar keine Chance. Ja, das sagst du jetzt. Warten mal ab, was die für Attacken können. Aber du hast ein Geist, ein weiterentwickeltes und ein Gesteins-Pokémon. Ich kann gar nichts tun. Ja, das habe ich auch überlegt. Dieses komische Dino-Ding haben wir das schon mal gesehen. Im Wundertausch, nein. Schon mal so bei anderen Spielen? Was ich nicht. Ich kann mich nicht daran erinnern. Ich muss es erst mal gucken. Guck mal, ich habe gleich das stärkste Pokémon rausgeholt. Ariyama. Damit es kein 6 zu 0 wird, weißt du. Dankeschön. Ich weiß nicht, ob ich das wegbekomme. Aber es kann sogar was. Wie, es kann Tackle? Nein. Das ist voll gemein. Dann gewinnst du ja. Wow. Ich habe so viel Schaden gemacht. Wow. Ja, ich mache noch viel mehr Schaden. Was macht denn Widerhall? Vor allem, dass es so schnell ist. Das ist ein blöde Karpador. Wow. Alter. Mein gutes Karpador. Hast du mal aufgeregt? Ja, wow. Wie viel Schaden das gemacht hat. Ich gebe zu, dass es Kampf Pokémon... Also es gibt so beim Wundertkampf... Stellen sich so ein paar Pokémon raus, die echt stärker sind als andere. Das ist Kampf und Stahl. Und Stein und Boden. Die die hohe Verteidigung haben, weil die sind... Die Standard Pokémon, die du bekommst, können halt nichts gegen sowas tun. Gegen hohe Verteidigung. Ja, irgendwie nicht so. Boah, ich habe deine... Nein. Fähigkeiten. Ah, super. Du kannst mich nicht einschläfern. Nein, warum nicht? Ich war gar... Das... Hast du gar gesagt, es wäre Gestein? Warum? Was kann es? Das sage ich dir jetzt. So wächst es aus. Oh, Mist. Warum? Es kann auf jeden Fall kein einziges Gestein attacken. Es kann nur normale... Was? Das ist nicht... Was? Dein Ernst? Nicht schlecht, nicht schlecht. Das war... Aber du machst mich ja jetzt eh weg. Ich kann nur Bodycheck als starker Tacke und wenn du das Pokémon austauschen würdest. Boah. Wow. Ich habe das Gefühl, dass es... Also ich habe den Aurora-Strahl irgendwie heftiger in Erinnerung von der Animation her. Was war das? Aus dem Stroh. Woher hat das so... Gemacht in den ersten Generationen. Hallo Katze, schön, dass du kommst, wenn ich so ein Geräusch mache. Guck, ich habe auch einen... Tacke. Was kann? Tacke? Warum? Warum können diese Pokémon nicht schlafen? Warum sind alle schneller als meine Pokémon? Warum hat das so wenig startet? Ja, weil das ein Tacke und eine Tacke ist. Oh fuck. Das sieht gut. Los, Crit. Komm schon. Ich dachte schon, das Crit hat wirklich... Das sah so aus, ne? Wehe dir, du machst es nicht ganz weg. Was ist denn an der Aurora-Strahl? Das sieht voll kacke aus. Die Animation ist so stark. Wenigstens kein 5 zu 0. Nein, das kann ja auch nur scheiße. Wenigstens kann es etwas. Ja, guck, das macht mich jetzt weg. Ja. Nein! Nein! Warum? Und auch nicht. Das gibt's doch gar nicht. Das war aber schlecht. Das hat mir 3 Kf überfliegt. Und dann kredit es doch! Wie kann man so viel Pech haben? Ehrlich und Witz. Behindert hat Zufallswert. Oh, ne, das war ein... Deswegen werde ich jetzt verlieren. Ja, hier. Attacke, mein geliebtes Zubat. Attacke! Warum bist du schneller? Das ist so gemein, dass du uns einfach getroffen hast, ne? Vor allem, wie schnell deine Pokémon alles sind. Warum sind denn alle so schnell? Ich hatte noch kein Pokémon, was schneller war als 1. Alle meine haben Höhe in der Zufall. Jetzt lecke ich dich zu Tode. Nimm. 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 Äh, Stärke ist nicht schneller. 60. Super, ich hab mal... Wie denn beide 60? Ich hab nicht mal ne Kampfattacke bei den Pokémon. Warum? Wer gibt einem so schlechte Pokémon, die nicht mal... Die guten Sachen haben, die das Pokémon haben können? Oh nein, warum? Warum? Weil ich kann. Warum bin ich denn nicht so... Hat das die Fähigkeit, dass es nicht zurückschrecken kann? Hahaha, das ist ja cool, das wusste ich gar nicht. Da hab ich gar nicht drüber nachgedacht. Wirklich? Ja, das hat Konzentrator als Fähigkeiten, dass wir hinweg zurückschrecken. Ah, und jetzt ist es zu schnell als ich. Oh nein. Wie riechst du Salz? Riechst du Salz. Riech mal dran. Ich hab dir auch Riechst du Salz gegeben. Ah, hast du mir grad auf die Nase gehauen? Nein, ich hab... Ah, doch! Ich weiß von, wo du meine Nase isst. Ich hab dir Riechst du Salz gegeben. Ah, ah, ah. Wow, warum kann das keine Kampfattacke? Kommt jetzt ein Siegselgut? Ich will dich schon wieder verlieren, ich spiel nie wieder mit dir. Ah. Das sieht nicht aus wie ein Pokémon. Ich bin kein Pokémon, was ist das überhaupt? Egoo... Egooam. 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 das ist das nur bei deinem pokémon zählt aber schneller gewesen ja klar aber das gibt dann nicht du hast doch noch ein starkes ja was ist stark das kann bestimmt konfus strahl siehst du es ist schneller das macht mich jetzt weg voll gemacht du krieg das auch noch jetzt gewinnst du nur deswegen ja es kann konfus strahl jetzt gewinnst du wegen einem blöden zube ich habe schon gesehen dass reingewecken jetzt jeder ein pokémon ja aber du gewinnst weil zubat besser ist als haspy rohr das heißt nicht hat die rolle geschenken wie gut das zu hat auch nur dann weiß ich auch nicht das ist nicht stark das ist kam siehst du ich kann nicht gewinnen ich glaube so einen knappen kampf haben wir doch werden ein knapp und einmal ganz knappen warum schon was soll ich jetzt machen auf safe oder nicht was ist dein hase normal ja natürlich er hat sogar getroffen aber auch schon wieder gekritte das gibt es doch man hält es mich jetzt bestimmen nein warum macht das schaden willst du mich verarschen warum hase bitte hase ich hasse dich warum hält er denn so viel aus komm schon ich war dir wegen dem dämlichen hasen weil er sich jetzt die ganzheit selbst schlagen wird doch das gibt es doch nicht das ist gemein dieser behinderte hase dieser behindert er macht sich jetzt selber kaputt weil er dämlich ist haltet das konnte teckel gott scheiß dreck du hattest wie besser sein das spiel und kack das war's das kann nicht mal nein nein nein